Bist du ein echter Blechbearbeiter und möchtest den Grat an deinen Dechteilen abschleifen? Dann haben wir die Lösung. Ob Feinblech oder Grobblech, Binärgrat oder Laserspritze, je nach Anwendungsfall haben wir das passende Schleichgewicht. Auch für deinen Grat haben wir das passende Werkzeug für deine manuelle oder automatische Maschine. Und mit der richtigen Schnittgeschwindigkeit und Vorschubgeschwindigkeit sparst du zusätzlich Zeit und Kosten. Wir haben Schleifglättscheiben und Schleifbänder in allen Abmessungen für jeden Maschinentyp. Mit unserem Know-how arbeitest du wirtschaftlich. Bist du ein echter Blechbearbeiter? Dann hast du auch unsere Werkzeuge verdient.